Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werkstattbesuch. Das ist schon die zweite Ausgabe vom Werkstattbesuch 2.0. Ich bin heute beim lieben Martin, der hat mir seine Werkstatt auch schon so ein bisschen gezeigt und da sind ein paar richtig schöne Schmuckstücke, die werdet ihr dann heute in der Folge Werkstattbesuch sehen. Viel Spaß! Hallo Martin, danke, dass ich vorbeikommen darf. Sehr gerne. Stell dich doch mal den Zuschauern vor. Wer bist du? Ich bin Martin Gutenberger, wohnhaft in Langelohnsheim, 33 Jahre jung, verheiratet, Vater einer zweijährigen Tochter. Als Beruf mache ich Außendienst und vertreibe Absauganlagen für Schreinereien bzw. auch für die Papierindustrie. Vom kleinen Schreiner bis hoch in die Papierindustrie. Gelernt habe ich aber auch mal was. Ich habe Zerspannungsmechaniker gelernt, habe dann Fachabitur gemacht und Maschinenbau studiert. Erzähl uns doch mal, wie du zu deinem Hobby gekommen bist. Zu meinem Hobby bin ich gekommen, da war ich eigentlich von Anfang an. Der Vater hat früher schon viel selbst gebaut zu Hause. Wir haben früher in der Garage zu Hause ganz viel gebastelt, Wandschränke und so bin ich eigentlich zu meinem Hobby gekommen. Ich mache das eigentlich schon immer. Derzeit baue ich für meine Tochter ein neues Bett. Meine Frau wollte ein Unikat haben und da hieß es dann, du machst das schon. Hier kommen wir in die Werkstatt hinein durch unser 4 Meter großes Hallentor. Hier können wir alles reinfahren, was wir wollen. Ob jetzt Lkw-Wagen oder Wohnanhänger oder was auch immer. Oder wenn ich neues Holz kriege, kann ich im Trockenen ausladen. Das ist halt der Riesenvorteil hier. Dann kommen wir hier, hier oben habe ich noch ein bisschen Massivholz rumliegen. Neue Fichte-Tanne habe ich mal günstig gekriegt. Das sind so, ich glaube, 40 Bohlen in 4,50 Meter Länge, Breite 40 Zentimeter bis 70 Zentimeter. Das ist alles dabei. Hier kommen wir dann halt auch durch den Eingangsbereich in die Werkstatt selbst hinein. In das kleine Reich. Hier sieht man jetzt mein Projekt, mit dem ich hier gerade beschäftigt bin. für meine Tochter das neue Bett. Hier haben wir meine schöne Eder-Standbohrmaschine. Wir haben gerade eben nochmal geguckt. Von 1983. Die Maschine habe ich aus einem Nachlass gekauft damals. Da waren auch noch meine großen Schraubzwingen dabei. Die Maschine hat noch genau 1 PS. Und noch 116 Bohrfutter. Funktioniert einwandfrei, tagenlos. Läuft dann an. Hat einen Links-Rechtslauf drin. Oben ganz normal den Riemen für die verschiedenen Drehzahlen einzustellen. Wie man das auch überall herkennt. Hier vorne steht auch drauf. Speed bis 2580 Umdrehung. Macht so. Dann haben wir hier meine schöne lange Werkwand. Mit meinen Schränken drin. Wo ich meine ganzen Messwerkzeuge, Messwerkzeuge, Schlagzahle, was man so alles in die Schubladen braucht. Oberfräsen, Fräser, Bohrer, Schleifteile. Dann haben wir Fräser für meine schöne, kombinierte, für die Tischfräse. Schleifmittel, Lamellos und wie jeder andere auch eine Ruhenschublade. Gibt es bei uns auch. Was gefällt dir denn an deinem Hobby am besten? An meinem Hobby gefällt mir eigentlich am besten, dass ich nach einem stressigen Arbeitstag in die Werkstatt komme, den Kopfhörer anziehe, die Musik ganz laut drehe und einfach meinen Kopf abschalten kann. Und mit meinen Händen, was macht man abends oder wenn ich fertig bin, sehe, was habe ich getan? Was magst du gar nicht, wenn du in der Werkstatt bist? Was ich gar nicht mag, wenn man mich erschreckt von hinten, wenn ich die Kopfhörer im Ohr habe und es geht auf einmal die Tür auf und buh. Hier oben drauf steht das Allerwichtigste in der ganzen Werkstatt. Radio, ne? Ist Radio. Ja. Ein altes, die erste Baureihe von Makita, noch ohne Bluetooth. Dazu habe ich mir jetzt einfach einen Bluetooth-Empfänger gekauft und habe mir den mit drangehauen. Somit kann ich über das Handy jetzt meine Musik hier auch hören, wie ich das will. Ein Schränk weiter. Dann haben wir meinen Kapsägentisch oder Kapsägenstand. Hier kann ich links 2,10 Meter und rechts 3,20 Meter anlegen. Die Maschine habe ich damals von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen und musste unter dem Tannenbaum schon den ersten Schnitt mitmachen. Das ist eigentlich hier drin die älteste Maschine, die mir persönlich gehört. Diese Jet-Zugkapsäge. Für grobte Schnitte zu gebrauchen, für Feinschnitte eher weniger. Für die Feinschnitte für Gärungen zu schneiden, egal welche Größe, welche Variationen. Von meiner lieben Frau zu meinem Geburtstag vor zwei Jahren bekommen. Meine Festool SIM70E. Die hat einfach den Vorteil, ich kann hier mit der Schmiege anlegen und kann Winkel schneiden auf Gärung, egal welche. Meine Absaugeranlage für meine 5-fach kombinierte ist ein Modell, ich weiß es gar nicht, gibt es glaube ich gar keine Typenbezeichnung dafür. Anschlussdurchmesser 140 Millimeter mit Kraftstrom macht riesen Krach und viel Wind. Am liebsten arbeite ich eigentlich mit meiner lieben Kessetai 5-fach kombinierte. Da hobeln, ob hobeln, ob fräsen, ob sägen, geht alles. Die Maschine haben wir damals bei einem Händler von uns in der Schweiz gekauft und haben die dann nach Deutschland auch überführt, sodass die auch richtig mit Import scheinen und hast du nicht gesehen. Und so sind wir zu dieser schönen Maschine gekommen. Was kannst du also per Spedition kommen lassen? Per Spedition, genau. Per Spedition. Dass die rübergekommen, weil die muss ja auch als Einfuhr muss die auch verzollt werden. Und dann haben wir sie ja gekauft. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, so. Das ein oder andere gönnt man sich dann doch. Das ist ein altes Schätzchen von 1900 91 Mädel Kessetai gehört heute zu SCN und das ist schon eher eine Semi-Profi-Maschine. Hier haben wir zum einen eine ganz normale Kreissäge mit Schiebeschlitte, der jetzt noch arretiert ist. Jetzt nicht mehr. Mit Anschlag hier zum Abschneiden. Anschlag hier. Dann haben wir einmal die sogenannte Tischfräse. Spindel. Hier habe ich eine dreistische Aufnahme. Hier kann ich verschiedenste Fräser drauf machen. Ich habe jetzt hier so ein Kombifräser drauf, von dem ich wie man vorhin in meinen Schubladen schon gesehen hat, die ganzen einzelnen Messer noch draufsetzen kann. Um verschiedene Profile, sei es Rundungen, sei es Verleimprofil, was man auch kennt, diese Zapfenverleimung herzustellen, ist damit alles möglich. Nebenan ist die sogenannte Abrichthobel. Das ist ein Anschlag dafür. Komm her. Anschlag hier. Hier kann ich jetzt mein Holz abrichten und bis nachher unten drunter, wenn es aufgeklappt im Zustand, dann kann es aufklappen, nachher wird diese sogenannte Abrichthobel zu einer dicke Hobel. Die Hobel hat eine Hobelbreite von 30 cm und kann rundum wunderschön das Holz hobeln. Das weitere wird über die Hobelwelle hier hinten, was wir gerade eben schon gesehen haben, dieses Langloch-Bohraggregat betrieben. In dieses Bohraggregat kann der sogenannte Langloch-Fräser eingesetzt werden. Mit diesem Fräser gibt es in allen Größen Variationen. Ich glaube, meine Aufnahme geht bis 12 mm. Gibt es zu deiner Wertschätten eine besondere Geschichte? Wie bist du zu ihr gekommen? Wie groß ist sie? Wie groß sie ist? 7 m auf 4,60 m sind die Grundmaße meiner Werkstatt. Sie ist in einer 300 m² großen Halle, die damals für die Firma gebaut wurde und jetzt nur noch in privater Nutzung ist. Die Werkstatt selbst gibt es schon seit 1997. 1997 bis 2010 ist sie von der Firma genutzt worden und ab 2010 bis dato von mir. Großprojekte habe ich auch schon verwirklicht. Zum Beispiel Hühnermobil gebaut in einem Lkw-Anhänger. Das ist halt praktisch. Für mir der Tor auf, rein, egal was für Wetter. Mit welchem Stoff oder mit welchem Material arbeitest du denn am liebsten? Anfangs habe ich immer viel mit Plattenmaterial gearbeitet, weil ich immer gesagt habe, das verzieht sich nicht so. Angefangen wie jeder wahrscheinlich mit USB, dann ganz schnell von USB wieder weggekommen, weil Ausreißen bei Verschraubungen und Ausplatzungen nicht meins. Hingekommen zu Birke ähm na wie heißt das Zeug? Multiplex. Genau, Birke Multiplex. Ähm und mittlerweile bin ich jetzt so weit dass ich denke ich in die Massivholz Sparte reingehe. Gerne mit Hartholz, Esche, Buche, Eiche. Na da bin ich jetzt gerade dabei mir ein Vorrat anzulegen. Du hast mir eben schon ein bisschen was gezeigt von einem Massivholz. Wie kommst du denn an das Massivholz ran? Wie ich an das Massivholz rankomme? Da ein Freund von mir ist ein Gartenlandschaftsbauer und die machen immer ganz viel Obst, Hölzer und auch normale Eichenhölzer, Buche, Hölzer weg und der ist so freundlich und hebt mir dann die schönen Stücke auf. Die bezahle ich auch, die schönen Stücke, so ist es nicht und dann tue ich die mit in Bohlen schneiden ein Jahr trocknen lassen und dann suche ich mir jemanden der eine Trockenkammer hat und lasse mir die auf 8% Feuchte runter trocknen dass man auch Möbel ausbauen kann weil alles was feuchte ist wie 8% reißt Habe ich beim Flip gesehen in seinem Video sein Regal für seine Sägeblätter nur muss ich sagen das hat mir so gut gefallen dass ich es einfach mal nachgebaut habe Ich denke das ist auch eigentlich ein schöner Abschluss Martin vielen lieben Dank für die coole Werkstattur natürlich danke für den Kaffee auf jeden Fall so viel wie du möchtest jederzeit hast du Instagram irgendwas ja habe ich schon aber benutze tue ich es nicht ich gucke nur danke auf jeden Fall für die coole Tour na klar sehr gerne ich sag mal bis bald sehr gerne schön dass ihr bis jetzt am Video dran geblieben seid schreibt doch mal was nett ist dem lieben Martin in die Kommentare das würde uns beide mega freuen schreibt mal was rein vielleicht lese ich es dann nochmal ich werde es auf jeden Fall lesen schön dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist ich wünsche dir noch einen ganz ganz tollen Tag und sag bis zum nächsten Video ciao macht's gut üss che hey FREGUEN Sch ali auch jazz sch 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 Untertitelung des ZDF, 2020